Der Vulkan auf der Kanareninsel La Palma wütet schon seit mehr als sechs Wochen. In den vergangenen zwei Wochen war der Ausbruch besonders heftig. Spektakuläre Bilder hat nun Geochemiker Harry Geiger von der Universität Freiburg geliefert. Er filmte eine sogenannte Lavabombe, die durch die Eruption des Vulkans im Gebirg zu Cumbre Vieja durch die Luft geschleudert wurde und anschließend mit großer Geschwindigkeit durch eine Aschelandschaft rollte. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Gesteinsbrocken einen Abhang hinunterrollt und Partikel aufwirbelt. Eine Nahaufnahme zeigt zudem die glühende Lava im Inneren der Lavabombe.